Das ist eine Mühlhalsband, ein erstes, das sollte passen, kleines Willkommensgeschenk, erstes Spiegel mit Deckchen, ein Deckchen, falls das erste Deckchen vollgeprägt ist, eine Leckerinz und eine Watterpulle. Und ein Trüffel ist auch schon gespannt. Und vielleicht Bock. Trüffel denke ich alles für ihn. Oh Mann, der Papa hat zwei Leiden in der Hand. Was soll das denn? Kommt dann noch ein Hund mit nach Hause heute? 28. November, 5.30 Uhr morgens. Es ist ziemlich früh, ich bin ziemlich müde. Wir fahren jetzt fünf Stunden quer durch Deutschland nach Mecklenburg-Vorpommern, um unseren kleinen Pelle abzuholen. Wir holen gleich den Pelle ab. Der kleine Bruder von den Nüli. Obwohl, das weiß der Nüli noch nicht. Mal gucken, wie begeistert Nüli so sein wird. Hii! Heyi! Hii! 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, das ist so cool. Oh, das ist so cool. Die beiden haben sich krass zu früh. Das ist so, dass du jetzt hier bist. Komm! Ja! Oh, das ist so cool! Okay, cool! Wow! Okay, cool! Okay, cool. Okay, cool! Okay, cool! Musik Hele Pelle 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Hallo? Ah, Peli. Ah, Peli.